Ich glaube, am Anfang war der Gegner sehr kompakt hinten. Taktisch waren wir gut auf dem Platz, hatten ein bisschen die Sauberkeit unserer Passspieler gefällt, haben wir einige Pässe nicht präzise gespielt und nicht konsequent und entschlossen. Für Gegner war es einfacher zu zu verteidigen. In der zweiten Halbzeit haben wir das wirklich besser gemacht, haben wir mit mehrer Energie gespielt und nach dem ersten Tor ist es sicher alles besser gelaufen. Ja, um 90 Minuten so zu spielen ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Wir haben immer Gegner auf dem Platz, die wir auch gewinnen. Der Unterschied zwischen mir und anderen Mannschaften ist wirklich sehr, sehr gering. Am Schluss ist es eine Mentalitätsfrage. Wir wollen versuchen, auch wenn wir mit Fehlern umgehen können. Wichtig ist immer, dass wir die nächste Aktion versuchen besser zu machen, unsere Spiele auf den Platz zu bringen. Bewusst, das kann uns nicht immer gelungen. Wichtig ist, dass wir mindestens das probieren über 90 Minuten. Zuhause, ich glaube, wir fühlen uns sehr, sehr gut. Und dann können wir unser Spiel besser auf den Platz bringen, was vielleicht auswärts war, aber nicht immer der Fall. Schön, weil letztes Jahr war nicht so der Fall. In dem Bericht haben wir sicher einen guten Schritt nach vorne gemacht. Und natürlich, wir können auch zählen auf unsere Unterstützung von unserem Publikum. Letztes Spiel war wirklich eine tolle Atmosphäre da und das hat uns sicher geholfen. Ja, Berlin-Zona ist auch eine Mannschaft, die sehr, sehr kompakt spielt. Und auch in Berlin-Zona haben wir auch das erste Spiel von der Rückrunde ein bisschen Mühe gehabt. Darum, ich glaube, das ist ein Spiel, wie fast alle Spiele. Der Gegner wird sicher mit einem Punkt zufrieden gewesen, mit Geduld spielen und mit guter Energie, mit Spielfreude, wie die zweite Allzeit von letztem Spiel. Es wird sicher schwierig, aber wir wissen, wie wollen wir auf den Platz auftreten. Und dann haben wir 90 Minuten Zeit, um den Sieg zu haben. Das weiß ich nicht, ob wir gewinnen werden. Es sind immer 90 Minuten zu spielen. Eine Sache, bin ich sicher, wir werden eine gute Leistung gegen Berlin-Zona machen.